Oh, hab ich gut geschlafen? Was zur? Der Weihnachtsmann war da. Oder Mama hat wieder Schuppen. Das sollte ich untersuchen. Wow, schau dir das an. Ich wollte Ihnen mal sehen, wo Sie hinführen. Ich wusste, dass das klappt. Und das dank dieser Windel. Es ist auch sehr einfach. Hol das absorbierende Material einfach raus. Am besten gleich in eine Schüssel legen. Dann etwas Wasser dazu. Es muss nicht viel sein. Das sollte reichen. Und dann kommen die Hände zum Einsatz. Ich will das Material noch kleiner machen. Dazu reibe ich es, bis es flockig aussieht. Das kommt dann auf den Boden. Noch einen Schuh draufdrücken. Und das sieht wie Fußspuren aus. Es ist kalt draußen. Wir packen uns besser ein. Gute Idee, Liebes. Wir brauchen mehr Schichten. Das ist gemütlich. Ich denke, wir sind soweit. Wow, ist das kalt. Suchen wir uns unseren Weihnachtsbaum aus. Oh, der sieht perfekt aus. Den nehmen wir. Der wird gut in unser Wohnzimmer passen. Wow. Moment mal. Was glauben Sie, was Sie hier tun? Renn weg. Hey, bleibt stehen. Puh, wenigstens sind wir zu Hause. Das war ganz schön knapp. Aber wir haben noch keinen Weihnachtsbaum. Tut mir leid, Liebes. Es muss doch was geben, das wir tun können. Warte mal, ich hab eine Idee. Schau mal, Mama. Ich kann der Baum sein. Was sagst du dazu? Sehr süß, Schatz. Moment mal. Mir kommt da eine Idee. Wir brauchen eigentlich keinen Baum aus dem Wald. Wir können unseren eigenen machen. Zuerst brauchen wir ein großes Stück Karton. Darauf habe ich grünes Papier geklebt. Jetzt zeichne ich eine Spirale auf das Papier. Von der Mitte beginnend bis zum Rand. So sollte es gehen. Und jetzt schneide ich sie aus. Mit einem spitzen Bleistift mache ich Löcher in den Karton. Das mache ich in jede Himmelsrichtung, um ein Kreuz zu bekommen. Jetzt brauche ich Angelschnur. Die fädle ich entlang der Reihe von außen zur Mitte. Das mache ich an allen vier Seiten. Ich mache noch Knoten rein, damit alles fest sitzt. Das hänge ich dann an einen grünen Stiel und lasse es langsam zum Boden gleiten. Als nächstes brauche ich meine treue Klebepistole. Ich gebe eine dünne Spur Kleber auf den Karton. Und arbeite mich bis ganz nach unten vor. Da kommt jetzt eine künstliche Nadelgerlande drauf. Ich muss mich beeilen, bevor der Kleber trocken ist. Das sieht schon gut aus. So ein Baum braucht auch einen Stern. Da ist er. Wow, Mama, ich liebe den. Genau, was ich wollte. Es fühlt sich so festlich an. Jeder muss wissen, dass diese Kekse für den Weihnachtsmann sind. Niemand wird sie jetzt anrühren. Ich hoffe, er mag sie. Wir kleben die Nachricht hier hin. Okay, jetzt ab ins Bett. Wir müssen ein bisschen schlafen. Fernseher, Kekse, Kakao. Kann's noch besser werden? Nein, die Kekse sind alle. Das geht nicht. Wir müssen hier doch noch irgendwo welche haben. Die werden's tun. Mh, ziemlich gut. Heute muss mein Glückstag sein. Ich dachte, ich hab was gehört. War das der Weihnachtsmann? Hey! Die Kekse sind weg! Die standen genau hier, Mama. Für den Weihnachtsmann ist es noch zu früh. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin grad so glücklich. Schau ihn dir an! Keksdieb! Wie konnte er nur? Was soll das? Oh oh, was hab ich angestellt? Oh, willst du einen Keks, Süße? Nein, machst du Witze? Äh, okay. Was ist mit dir, Liebling? Mach weiter. Ich weiß, Cracker. Jeder mag Cracker. Ich will keine Cracker. Warum passiert das? Cracker? Oh, du lieber, aber naiver Mann. Nein. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Der Weihnachtsmann wird so sauer sein. Hast du Weihnachtsmann gesagt? Oh, die waren für ihn. Schon okay, ich bringe das in Ordnung. Erst spritze ich Zuckerguss auf die Cracker. Der wirkt wie Klebstoff. Und hält die Cracker zusammen. Ich klebe sie zu einem Dreieck zusammen. Dann spritze ich Zuckerguss außen drauf. und lasse ihn an den Seiten runterlaufen. Das macht mir Appetit. Da kommen jetzt essbare Perlen drauf. Und dann noch Zucker-Deko außen an die Ränder. Die Schreusel auf dem Dach passen perfekt. Jetzt setze ich einen Gummibären ins Crackerhaus. Die sehen ziemlich gut aus. Sie sind fertig für den Weihnachtsmann. Ich denke, er findet die besser als Kekse. Ich würde gerne einen probieren. Nein, ich muss widerstehen. Die stellen wir jetzt für den Weihnachtsmann hin. Gute Idee, Mama. Und jetzt warten wir auf morgen. Komm, wir gehen. Ho, ho, ho. Oh, das sieht aber lecker aus. Das war's mit meiner Diät. Hm, schau dir das mal an. Die Nachbarn bringen einen festlichen Kranz an. Der sieht so hübsch aus. Ich sollte auch einen Kranz aufhängen. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, die glänzen so schön. Aber hier ist kein Kranz. Piu, piu. Oh, was machst du? Egal, zurück zur Deko. Schau dir das an, Mama. Mama, Mama, guck mal. Das ist fantastisch. Das muss ein neuer Rekord sein. Au, was war das? Vorsicht, Schatz. Was? Oh ja, Entschuldigung. Warte mal. Ich hab eine Idee. Naomi, Liebes, gib mir die Poolnudel. Ich wusste, dass du das sagst. Genau die brauche ich. Es wird Zeit zum Basteln. Ich habe aus ihr einen Kreis gemacht und mit Klebeband fixiert. Jetzt trage ich einen Klecks Kleber auf die Kugel auf und klebe sie innen an den Ringen. Das gleiche mache ich auch außen. Ich darf keine Lücke lassen. Ich platziere diese großen roten Kugeln in der Mitte und fülle den Platz dazwischen mit kleineren goldenen Kugeln auf. Als nächstes kommen Tannzapfen. Das wird ihn noch festlicher machen. Auch Tannadeln passen gut. Und natürlich muss auch Lametta dran. Ich denke, er ist fertig. Der ist perfekt. Was sagst du dazu? Hm, hier drin ist so viel Dekozeug. Was haben wir hier? Ganz schön langweilig. Nee. Was haben wir noch? Oh, die ist gut. Gefällt mir schon besser. Da sind noch mehr. Toll. Ich nehme sie alle. Naomi, wir brauchen mehr Kugeln. Hab sie. Langsam. Ich will keine fallen lassen. Ich komme, Mama. Oh nein. Die Weihnachtskugeln. Die können wir nicht mehr an den Baum hängen. Tut mir leid, Mama. Ich habe Weihnachten ruiniert. Schon gut, Liebes. Schauen wir mal, was noch in der Kiste ist. Oh, hier sind nur noch diese transparenten Kugeln. Mehr nicht? Äh, ist okay. Toll, jetzt habe ich auch noch ein Loch in der Socke. Das ist das Schlimmste. Äh, das hast du nicht gesehen. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Zuerst nehme ich den Aufhänger ab. Dann stecke ich die Kugel in die Weihnachtssocke. Ich schiebe sie bis zu den Zehen runter. Noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich schneide die Socke über der Kugel ab. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber oben auf die Kugel auf. Genau so. Ich brauche eine Menge. Jetzt lege ich die Socke über den Kleber. Ich drücke sie an, damit sie schön festklebt. Es darf auch keine Lücke bleiben. Ich ziehe die Socke etwas zusammen. Dann setze ich die Halterung wieder drauf. Und als krönender Abschluss kommt eine festliche Schleife drauf. Sie ist fertig, um an den Baum zu kommen. Viel besser als eine durchsichtige Weihnachtsbaumkugel. Wow, Mama, das sieht so toll aus. Aber hast du all meine Socken zerschnitten? Ähm, vielleicht bringt dir der Weihnachtsmann neue. Dem Baum fehlt noch etwas. Und zwar festliche Lichter. Es ist wunderschön voller Weihnachtsfreude. Darauf habe ich schon gewartet. Eine schöne, entspannende Tasse Tee. Nichts kann diesen Moment ruinieren. Mama! Hi! Was ist los? Du siehst sehr hübsch aus, Liebes. Okay, wo war ich? Wuhu! Guck dir meine Flügel an. Kannst du sie sehen? Äh, ja. Ich möchte doch nur meinen Tee trinken. Ist das zu viel verlangt? Ich bin eine Weihnachtsfee. Wethle nicht mit deinem Zauberstab vor meinem Gesicht rum. Ich meine das ernst. Okay, ich versuche stattdessen zu fliegen. Wuhu! Ah! Bitte, hör auf. Kannst du nicht einfach still sitzen? Das ist langweilig. Wui! Naomi? Mir geht's gut. Das war gewollt. Warte mal. Wie soll ich mit gebrochenem Flügel fliegen? Das ist eine Katastrophe. Das ist ungerecht. Was ist los? Was ist passiert? Schau dir meine Flügel an. Mach was, Mama. Oh, nicht weinen. Mami ist ja da. Wir trocknen erst mal diese Tränen. Uah, das ist eine Menge Rotten. Ich muss das eigentlich nicht sehen. Warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Zuerst brauche ich einen Drahtkleiderbügel. Ich klebe Klebeband über die Seite. Das mache ich den ganzen Bügel entlang. Als nächstes falte ich die Serviette und klebe sie auf das Tape. Ich füge noch mehr Servietten hinzu. Ich möchte Schichten aufbauen. Das gleiche mache ich mit einem zweiten Kleiderbügel. Dann verbinde ich die Bügel zu einem Paar Flügel. Die sind so hübsch, Mama. Sogar besser, als ich mir vorgestellt habe. Mit denen kann ich auf jeden Fall fliegen. Wuhu! Schau sie dir an. Mir wird ganz schwindelig. Kann ich jetzt endlich meinen Tee trinken? Guten Abend, Ladies. Taschenkontrolle. Wenn es sein muss. Habe ich es mir doch gedacht. Keine Süßigkeiten erlaubt. Kannst du nicht bitte eine Ausnahme für uns machen? Bitte. Oh, da wird man schwach. Nein. Gemeinheit. Und jetzt? Hey. Hi. Was geht? Na, geh schon rein. Danke. Wir sollten mal zum Mittag essen. Geht klar. Aber sie hatte... Äh, hallo? Jetzt hör mal her. Wir gehen da rein und nehmen unsere Süßigkeiten mit. Du kannst uns nicht aufhalten. Leg dich nicht mit dem Falschen an. Ich will deinen Vorgesetzten sprechen. Besser noch, ich will gleich den obersten Chef sprechen. Was glaubst du, wie du bist? Genug jetzt. Was zum... Was soll das? Schuster, ich habe eine Idee. Ah! Setz dich. Wir können unsere Sachen in deinem Haar verstecken. Sag das doch gleich. Nicht bewegen. Fast fertig. Fehlt nur nach dem Haar summen. Fertig. Jetzt noch ein paar Accessoires. Sieht hässlich aus. Eine Hochsteckfrisur mit einer süßen Überraschung. Echt genial. Ganz schön schwer. Wie sehe ich aus? Perfekt. Dann mal los. Hier schon wieder Taschenkontrolle. Zufrieden? Okay, ihr könnt rein. Oh, mein Fehler. Schnell, rein mit dir. Das nenne ich mal eine Frisur. Es hat geklappt. Super. Oh oh. Hey, hier ist ein Cola-Springbrunnen. Cool. Oh yeah. Oh, bedient euch. Eine Schale voller Obst. Die hier ist für mich. Na? Wo sind die ganzen Orangen hin? Was ist letzte Nacht passiert? Die Kamera wird alles aufgenommen haben. Ich muss wissen, was los war. Was das wohl war? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Oh, kam das aus meinem Kühlschrank? Meine Orangen. Hm, ich muss diesen Wesen eine Lektion erteilen. Schäle einen Knoblauch. Orangen angemalt sehen noch köstlicher aus. Jetzt stecke ich sie in die Orange. Entferne ein paar Stücke und platziere den Knoblauch an deren Stelle. Jetzt noch die Schale drüber. Eine tolle Überraschung. Mal sehen, wie ihm diese Orange schmeckt. Ich rieche etwas Leckeres. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Abendessen. Weg damit. Mh, saftige leckere Orangen. Hehe. Mh. Yum, yum, yum. Mehr nach mehr. Nur noch eine übrig. Die wird mir schmecken. Mh. Das schmeckt widerlich. Pui. Ekelhaft. Es hat geklappt. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wow. Sieh mal. Geschenke. Was da wohl drin ist? Lass es uns öffnen und nachsehen. Moment. Das ist für mich. Nein. Das ist meins. Finger weg. Aufhören. Es ist noch nicht Weihnachten. Aber Mama. Na gut. Wir warten. Das war dein Fehler. Ich hätte so gerne hineingeschaut. Wenn ich warte, bis alle schlafen, könnte ich vielleicht einen Blick hineinwerfen. Wow. Sie schnarrt ganz schön laut. Bin so müde. Nicht einschlafen. Denk an das Geschenk. Konzentrier dich. Kaffee, um wach zu bleiben. So wird's klappen. Oh nein. Hat. Ich wusste, dass sie als erstes einschlafen würde. Süße Träume. Zeit für dein Geschenk. Das wird super. Sie kriegt den Schnee auf. Haha. Geschieht ihr recht. Ich bin wach. Ich bin wach. Was zum? Meine Füße. Und wieso riecht es hier nach Sahne? Haha. Du siehst witzig aus. Äh, too bad. Mein Essen ist für mich gelaufen. Heute Nacht kommt kein Essen an mir vorbei. Das wird ein toller Abend. Juhu. Los geht's. Einen Moment, die Damen. Ich liebe meinen Job. Kein Essen erlaubt. Aber die nehme ich. In den Müll damit. Was für ein Spielverderber. Der beste Job der Welt. Fröhliche Weihnachten. Einen Moment bitte. Bist du wirklich der Weihnachtsmann? Hast du dir wohl den Bauch vollgeschlagen, was? War nur ein Spaß. Du kannst rein. Danke. Wieso bist du so gut gelaunt? Diese Party ist langweilig ohne Essen. Ich habe eine kleine Überraschung. Wow, Süßigkeiten. Ho, ho, ho. Klasse. Ich bin doch nicht fertig. Hä, damit. Das gehört mir. Das mag ich am liebsten. Die Party kann beginnen. Das war der letzte. Jetzt ist alles vorbereitet. Der Weihnachtsmann war da. Weihnachtsmann? Ich bin ja so aufgeregt. Geschenke. Geschenke. Mein Rücken. Mein Po. Das hat weh. Warum steht hier überall Limonade? Haha, fröhliche Weihnachten. Haha, sehr lustig. Machst du das auch sauber? Danke, Weihnachtsmann. Bitte lächeln. Kaum zu glauben. Der Weihnachtsmann ist da. Weihnachtsmann? Oh mein Gott. Hallo, Weihnachtsmann. Ich bin ja so aufgeregt. Ich hoffe, ihr wart brav, Mädels. Das ist meins. Nein, das gehört mir. Gib das hier. Loslassen. Er hat das Mehl geschickt. Mir wird ja ganz schwindelig. Bitte lächeln. Ich muss wohl meine Lüste ändern. Moment mal. Ich will auch mit aufs Foto. Sag ho, ho, ho. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Das wird lustig. Oh ja, das wird lustig. Zumindest für mich. Nimm Lebensmittelfarbe. Am besten grün für festliche Anlässe. Als nächstes dreh den Deckel ab und nimm die Farbe mit einer Spritze. Hol etwas Süßes, um die Farbe in die Süßigkeit zu spritzen. Jetzt legst du die Süßigkeit wieder in die Packung zurück und der Spaß kann beginnen. Oh, hey, möchtest du etwas Süßes? Gerne. Ich liebe Süßigkeiten. Danke. Minzig. Dankeschön. Hey, Weihnachtsmann. Schön, dich zu sehen. In die Kamera schauen und lächeln. Das wird ein tolles Foto. Endlich ein ruhiger Abend daheim. Genau, was ich brauche. Hm, schon mehr? Schade. Was gibt es noch? Auch schon mehr? Was habe ich noch? Was? Die Weihnachtsfeier, die habe ich ja total vergessen. Wenn ich mich beeile, kann ich noch schnell hingehen. Ich muss mich nur schnell umziehen. Aber das ist nicht gerade festlich. Aber das geht. Und ich nehme ein paar Snacks mit. Das und das, das sieht gut aus. Schreibt es euch hinter die Ohren. Keine Süßigkeiten, sonst gibt es Nachsitzen. Ich will nicht nachsitzen müssen. Dann lasse ich die besser hier. Aber ich liebe Süßigkeiten. Ein Moment, meine Mütze. Das könnte klappen. Du brauchst eine Weihnachtsmütze und etwas Zuckerwatte. Die Zuckerwatte kommt auf die Außenseite der Mütze. Da wird keiner drauf kommen. Halt, her damit. Gib mir die Süßigkeiten. Und rein jetzt. Sie lernt's nie. Hoffentlich klappt das. Die leckerste Mütze, die es gibt. Okay, cool bleiben. Halt, lass mich einen Blick auf dich werfen. Hm, keine Süßigkeiten. Was riecht hier so süß? Das ist mein Parfüm. Patschi. Nun geh schon rein. Es hat geklappt. Dankeschön. Und das soll eine Party sein? Mir ist das voll langweilig. Schöne Weihnachten. Wer hat Lust auf Party? Warum bist du so gut gelaunt? Hier, versuch mal. Nein, danke. Ich will deine Mütze nicht essen. Na gut. Entweder ist sie jetzt völlig durchgeknallt oder sie ist etwas Süßes. Bedient euch, Mädels. Mh, Zuckerwatte. Schmeckt gut, oder? Nicht bewegen, während ich dich scanne. Okay, du kannst weiter. Die nächsten. Halt. Ihr habt Süßigkeiten. Damit kommt ihr nicht rein. Süßigkeiten sind verboten. Das wussten wir nicht. Ehrlich. Geh zur Seite. Ach, komm schon. Hey, ich weiß, wie wir die Süßigkeiten hineinbekommen. Das ist eine spitze Idee. Hast du Süßigkeiten dabei? Hey, was ist das? Entschuldigung, wir sind auf der Durchreise. Hier gibt's nichts zu sehen. Wir sind fest durch. Cool bleiben. Wieso helfen wir? Oh. Kann ich weiterhelfen? Jetzt pass mal auf. Ich hab euch doch gesagt, keine Süßigkeiten erlaubt. Ich war mir so sicher, dass der Plan aufgehen würde. Plan B? Hey, furchtentflößender Türsteher. Kannst du mir helfen? Ich hab mich verirrt. Wo ist dieser Laden? Du bist hier und der Laden ist diese Straße runter. Süßigkeiten. Keine Bewegung. Und wieder umdrehen. Ist das zu fassen? Wir haben keine Chance. Der Türsteher ist zu schlau. Moment mal. Gib mir den Keks. Ich hab eine Idee. Den Keks verstecke ich in meinem Fleisch und befestige ihn mit einem Gummiband. Hier kann's noch einer hin. Sieht so aus, als würde es zum Fleisch gehören. Wow, das ist genial. Ich werde so für Ablenkung sorgen. Alles klar. Los geht's. Ihr schon wieder? Mir gefällt dein Kleid. Hey, gib mir den Lucha. Nee, nee, du bist gemein. Geht schon rein. Ein leckerer Lucha. Dieser Job hat auch gute Seiten. Geschafft. Das kannst du laut sagen. Dieses Druckerzoller hat gut funktioniert. Der letzte Buchstabe. Hat lang gedauert. Zeit, sich von der harten Arbeit zu entspannen. Wer hat die Waage hier liegen lassen? Naja, wenn sie sowieso schon da liegt, kann ich nicht aufwiegen. Das kann nicht stimmen. Das war wohl ein Donut zu viel. Ich muss etwas dagegen tun. Die müssen weg. Ich darf nicht schwach werden. Ab jetzt sind hier Süßigkeiten verboten. Meine Talie wird mir danken. Nur noch gesunde Snacks. Schon besser. Zeit für ein Selfie. Oh, eine Nachricht. Keine Süßigkeiten auf der Weihnachtsfeier? Ihr Ernst? Was soll's? Eine Feier ist eine Feier. Aber vielleicht gibt es noch Hoffnung für etwas Süßes auf der Feier. Einen Versuch ist schwer. Zuerst schmelze ich die Luftschaff. Dann kieße ich die Masse in die Handyhülle. Die ganzen Farben sehen toll aus. Jetzt muss es noch trocknen. Die perfekte Tarnung. Ich hatte noch nie Sellerie auf einer Feier. Hey Mädels! Da bist du ja! Hier, nimm etwas Sellerie. Oh, ich misch mich mal unter die Leute. Es ist genug Sellerie da. Und Tomaten gibt's auch, wenn ihr wollt. Die Handyhülle sieht zum Anweißen aus. Darf ich auch mal? Ja, teils mit uns. Keine Sorge, ich hab noch mehr dabei. Hier, für euch. Vielen Dank, das ist toll. Hä? Was machen die denn? Was ist da los? Schlecken die echt an Handyhüllen? Ich brauch wohl neue Freunde. Aber wenn es alle machen? Vielleicht sollte ich dann drauf. Ich kapier's nicht. Äh, ist alles in Ordnung? Was? Ach, nichts. So, in Spaß. Das ist die beste Party der Stadt. Zeit für Wichteln. Bitte jemand, den ich mag. Du bist dran. Muss das sein? Na toll, war klar, dass es sie sein würde. Das ist ja so aufregend. Uh, Glück gehabt. Hm, ich hab eine Idee. Alles, was ich brauche, ist ein Luftballon und Milch. Fülle die Milch in den Luftballon. Vorsichtig, damit nichts daneben geht. Danach lege ich ihn in eine Kiste. Das obere Ende des Luftballons klicke ich über die Kante. Schließe die Kiste und klemme es so ein. Dann stecke ich die Kiste in eine noch größere. Noch eine Schleife obendrauf für das gewisse Etwas. Das wird ihr gefallen. Oh, das sieht hübsch aus. Tschüss, Mami. Wow, so ein großes Geschenk nur für mich? Danke, Weihnachtsrichter. Oh, noch eine Kiste? Okay. Noch eine? Erwischt. Auf dir hat's gefallen. Oh, wer macht denn sowas? Haha. Hat geklappt. Du, gut gespielt. Ich bin beeindruckt. Ich sollte Koch werden. Ich hab endlich eine Moose drauf. Kurz umrühren. Perfekt. Was ist das? Ah, mein Handy. Hallo? Mhm. Okay, wow. Was liegt dir so? Nicht schlecht. Aber es fehlt noch eine extra Zutat. Oh, das reicht. Oh, sie kommt zurück. Ja, klingt gut. Bis später. Das sollte reichen. Ab in die Formen mit dir. Perfekt. Jetzt noch die Stähle hinzufügen und abwarten, bis es abgekühlt und fest ist. Die sehen lecker aus. Endlich fertig. Das war anstrengend. Jetzt bin ich müde und muss mich ausruhen. Ho, ho, ho. Ho, so ein schöner Baum. Mit den Geschenken darunter wird er noch besser aussehen. Weiter geht's zum nächsten Haus. Die Arbeit macht hungrig. Einen Moment. Was riecht hier so lecker? Riecht fast so gut wie zu Hause. Mh, Lutscher. Ich liebe Lutscher. Einen Augenblick. Ich sollte mir was für später mitnehmen. Das sollte reichen. Schmeckt gut. Interessanter Geschmack. Scharf. Scharf. So scharf. Ich verschwinde von hier und komme nie wieder. Hast du auch etwas gehört? Der Weihnachtsmann war da. Wow. Zeit, das nächste Spiel vorzubereiten. Hierfür brauche ich etwas Lebensmittelfarbe. Nicht zu viel. Das reicht. Jetzt die Karte verschicken. Oh, eine Weihnachtskarte. Die Lichterkette ist ganz schön verknotet. Von wem die wohl ist? Und? Wer ist der Absender? Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Karte wirklich haben wollen. Alles gut. Was kann schon passieren? Warte hier. Hier, zieh das an. Echt jetzt? Die Farbe steht mir nicht. Aber sie steht mir. Jetzt bist du bereit. Komm mit. Das ist ja so aufregend. Viel Glück. Was machen wir damit? Ich weiß, sie kommen auf die Teller. Aber auf welchen? Hm, hier drauf. Und die kommt auf den gelben Teller. Mal sehen. Ja, ich lag richtig. Oh, für mich. Wie niedlich. Ich will auch mal einen Chubby Bear. Die kommt hier hin. Und diese kommt hier hin. Komm schon. Ich lag wohl falsch. Vorsicht. Ich habe Allergien. Das kitzelt. Versuch's mit der anderen Flasche. Okay, und los. Es ist blau. Nein. Hat trotzdem Spaß gemacht. Hey, lass das. Okay, ich bin dran. Das war richtig. Oh, ich bin so toll. Wow. Danke, Weihnachtsmann. Ein Handy? Für dich. Fröhliche Weihnachten. Danke. Da wohl drunter ist. Ich mach mal auf. Oh, sogar mit Nachricht. Zum Wohl. Na gut, wenn das so ist. Was kann schon passieren? Und wie schmeckt's? Nicht übel, aber könnte besser sein. Die Farbe war viel versprechender als der Geschmack. So ein Jammer. Und was hab ich? Moment mal. Wow. Was passiert mit mir? Ich werde größer. Das kannst du laut sagen. Hey, pass auf das Dach auf. Hi, Lilly. Ah, ich hab ne Idee. Hey, da bist du ja. Hi. Total abgefahren. Okay, mal gucken, was ich hab. Was? Gar nichts? Wo ist mein Getränk? Was soll das? Das nenn ich mal ne Niete. Wow, zieh dir mal diesen Riesenlutscher rein. Daran werde ich ja ewig naschen. Hm, sowas von gut. Hey. Hey, darf ich mal probieren? Lass mir was übrig. Hä? Bist du sicher? Ich mein klar, warum nicht? Oh, ganz schön schwer. Danke. Hm, der sieht gut aus. Der ist ja lecker. Oh, ich schrumpfe wieder. Das muss wohl am Lolli liegen. Hey, Bestie, alles wieder beim Alpen. Ein Glück. Lass dich drücken. Ich fang an. Warte, kann ich zuerst bitte? Okay. Ein Zylinder? Was will ich denn damit? Komischer Hut. Vielleicht ein magischer Hut? Ja, vielleicht ist da was drin. Mal gucken. Ein süßer Hase. Oh, wie niedlich. So ein flauschiges Häschen. Ein aufgewecktes Kerlchen. Ich nenne ihn Klopfer. Das ist die beste Challenge bis jetzt. Klopfer, komm zurück. War das ein Zaubertrick? Hey, komm wieder her. Und was ist das? Hey, das ist ein Hasenlutscher. Ich probiere mal. Hm, mega lecker. Was hast du? Hm, sieht aus wie eine Knarre. Mal sehen, was passiert, wenn ich abdrücke. Wie cool, Seifenblasen. Wow, ich liebe Seifenblasen. Und guck mal, wie viele. Das macht echt Bock. Hallo? Wo bist du hin? Sag mal, träum ich? Wie bist du denn da reingekommen? Ich schwebe. Wie cool ist das denn? Hi. Hier drüben. Ich bin einfach in einer Blase. Ist das zu fassen? Du bist so winzig. Was wohl passiert, wenn ich die Blase platzen lasse? Danke. Ich hatte schon Angst, dass ich wegfliege. Da unten ist noch was drin. Wow, Süßigkeiten. Die muss ich unbedingt probieren. Hm, schmeckt echt mega. Ich zuerst. Nein, ich. Zusammen. Boom. Das Zeug sieht echt genial aus. Wollen wir diese kleinen Dinger spritzen? Okay. Drei, zwei, eins. Los geht's. Wer wohl als erstes fertig wird? Auf zur nächsten. Mein Gott, Naomi. Ich glaube, ich muss aufholen. Oh nein, ich glaube nicht. Fast geschafft. Fertig. Schon lange. Machen wir doch ein Unentschieden draus. Oh Mann, ich bin so voll. Aber das war's wert. Für mich? Soll ich eine Rede halten? Also, ich danke meinem Magen und meinem Körper so generell. Oh, ich freue mich. Ich zuerst. Sind die Dinger, was ich denke, dass sie sind? Blaue Bonbons? Mh, Blue Raspberry. Die sind echt gut. Ich wette, ich schaffe den ganzen Teller. Mh, und noch einer. Ah, oh oh. Ich fühle mich auf einmal so kühl. Seltsam. Meine Hände werden zu Eis. Fühlt sich irgendwie genial an. Was ist das denn? Hey, fang, Naomi. Oh, das habe ich nicht erwartet. Ich weiß. Ich muss die Dinger nur ein bisschen anheizen. Kein Zurück mehr. Oh mein Gott. Die sind echt scharf. Wow, was ist denn gerade passiert? Hey, wenigstens habe ich es behoben. Jetzt zu mir. Wow. Oh, die sehen aus wie kleine Füße. Oh. Hm. Die schmecken wie ein Happen aus Fruchtpunt. Was ist hier los? Oh, meine Füße wollen loslaufen. Yep. Oh, ich muss los. Ich weiß nicht, wohin. Aber ich laufe. Ähm, ja gut. Bis dann. Oh, viel, vielen Dank. Das ist zu freundlich. Ich weiß nicht, ob ich sie je wieder sehen werde. Ihre Füße haben sie einfach davon getragen, gleich nachdem sie die Dinger da gegessen hat. Oh, ich bin krank vor Sorge. Hey, Thomas. Naomi, du bist es wirklich. Vielen Dank, Detective. Und, hattest du Spaß? Ich hab dich so vermisst. Was eine Erleichterung. Äh, Jared, darf ich anfangen? Na dann los. Oh, schau mal. Das ist eine Bonbonmaschine. Die ist fantastisch. Ich werd sie gleich ausprobieren. Oh, warte. Ich brauch eine Münze. Aber ich hab keine. Kannst du mir Geld leihen? Keine Sorge. Ich mach das schon. Was ist da hinter deinem Ohr? Wow. Beeindruckend, was? Danke, Jared. Du bist der Beste. Und rein damit. Ja, der funktioniert. Ich hab Bonbons. Mh, der ist lecker. Warte. Sogar besser als lecker. Die sind köstlich. Ups, sorry, Jared. Ach, schon gut. Und los geht's. Oh, das ist Kaugummi. Das sieht interessant aus. Schau mal, da ist auch saures Gel dabei. Das ist ziemlich cool. Koste mal. Okay, ich hab den Kaugummi. Und jetzt zum Gel. Und jetzt. Oh, ich weiß. Ich mach das Gel auf den Kaugummi. So einen hatte ich noch nie. Das sieht aus wie Zahnpasta. Und rein damit. Mh. Wow. Das ist kalt. Hey, ich mag den. Der ist erfrischend. Du hast so ein Glück. Ich krieg keine Bonbons mehr. Ich hab kein Kleingeld. Das ist unfair. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Ich schütze die Bonbons einfach raus. Ich mach Bonbon-Regen. So ist's besser. Ehrlich? Das ist voll toll. Die könnte ich den ganzen Tag essen. Die gehören mir. Ganz allein mir. Äh. Halt mal locker. Ich kann nicht aufhören. Okay. Ich entspann mich mit meinem Kaugummi. Mehr. Ich will mehr. Ich glaub, du hast ein Problem, Lizzie. Ein großes Problem. Was meinst du? Dein Gesicht. Das ist gepunktet. Soll das ein Witz sein? Oh, schau dir das an. Wow. Das ist cool. Ich verstehe die Frauen nicht. Das wird mein neuer Lieblingslook. Du siehst aus wie ein Clown. Ähm, nicht so schnell. Ich bin dran. Ich frag mich, was es ist. Hä? Ist das ein Videospiel-Controller? Der sieht lecker aus. Hey, der gehört mir. Warte mal. Der ist echt. Was passiert, wenn ich auf einen Knopf drücke? Da gibt's nur einen Weg, das herauszufinden. Siehst du das? Das ist eine Krallenmaschine. Und das Spielzeug ist super süß. Wow. Okay, dann werde ich mir ein Spielzeug krallen. Ich muss mich konzentrieren. Das wird knifflig. Ich hab eins. Ich bin der Beste. Noch ein Stückchen weiter. Juhu. Wow, gut gemacht. Das ist so weich und knuddelig. Ich bin neidisch. Okay, dann schau ich mal auf meinen Teller. Oh, Knallpulver. Etwas langweilig im Vergleich zu Jared's. Ich hätte lieber auch ein Spielzeug. Aber ich probier das mal. Hoffentlich schmeckt mir das auch. Ich streu mir das auf die Zunge. Oh, oh. Wuhu. Wie ein Rausch. Okay, wer will als nächstes? Habt sich. Noch eins für meine Kollektion. Ich soll auch damit spielen. Ja, ich hab eine Idee. Hey, Jared. Wollen wir tauschen? Klar, warum nicht? Wow. Genau, was ich wollte. Juhu. Ich hab eins. Oh, das ist so süß. Okay. Und was mach ich damit? Ich glaub langsam, das war ein schlechter Deal. Tja, jetzt ist es zu spät. Hm. Nichts. Warte. Oh, das kitzelt. Oh, oh. 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 Hey, das war ziemlich gut. Ich liebe dieses Spiel. Das ist großartig. Schau dir die tollen Eier an. Ob da Schokolade drin ist? Finden wir es heraus. Noch mehr Eier. Wow. Die sehen fantastisch aus. Die mag ich am liebsten. Mir wäre Schokolade lieber gewesen, aber... Wollen wir um die Wette Eier essen? Ach, ich weiß nicht. Hast du etwas Schiss? Na los. Na gut. Herausforderung angenommen. Los. Wow. Sie legt sich ganz schön ins Zeug. Ich muss mich ranhalten. Her damit. Mh. Lecker. Gleich ist die Zeit um. Schnell. Fast geschafft. Vielleicht stopfe ich einfach alles rein. Fertig. Ich gewinne bestimmt. Moment. Sie hat alle gegessen? Das ist nicht fair. Was zum... Hä? Alles okay? Du siehst anders aus. Was ist wohl diesmal drin? Hm. Oh. Hallo. Ist da jemand? Lass sie uns aufmachen und nachsehen. Cool. Ein Spielzeugflugzeug. Babam. Ich hab auch eins. Jiffi. Das macht so viel Spaß. Wart. Vorsichtig. Du bist so doof. Moment. Was ist das denn? Mh. Lecker. Das schmeckt gut. Warte. Mir ist komisch. Sarah? Wo ist sie hin? Hier unten. Was? Sarah? Hey. Sieh mal. Ich bin ganz klein. Oh mein Gott. Ich hab eine tolle Idee. Ich will fliegen. Wirf mein Flugzeug. Okay. Bereit zum Start? Drei. Zwei. Eins. Wow. Sie fliegt wirklich. Sie fliegt immer noch. Hä? Sei gegrüßt, Erdling. Ich komme in Frieden. Und ich habe ein Geschenk für dich. Bitte. Ich will es nicht. Bitte. Das ist keine Falle. Ich will dich nicht entführen. oder so versprochen. Okay. Das ist echt schräg. Jetzt muss ich zurück zu meinem Schiff. Was ist denn heute los? Ich denke, ich sollte das Geschenk öffnen. Bitte nichts Fieses. Oh. Wie hübsch. Sarah. Sie sieht fantastisch aus. Da ist eine Karte. Oh. Ich freue mich so für dich, Sarah. Wahre Liebe. Mach es auf, Sarah. Wow. Jetzt du. Ich habe es in roh. Ist es nicht wunderschön? Brauchen wir definitiv. Auf die Plätze. Fertig. Reinhauen. Wer braucht schon Brot, wenn du dieses Zeug in löffelweise essen kannst? Vergiss das Atmen nicht, Sarah. Ich bevorzuge große Monsterlöffel. Oder was auch immer in meinen Mund passt. Ich bin schon satt. Das steht fest. Warte. Warum diese herrlichen Farben verschwenden? Zeit, unsere kreativen Körper einzusetzen. Wir wecken unseren inneren Künstler. Hm. Mal sehen, wie die Proportionen sind. Ich male einfach aus dem Herzen heraus. Mal sehen, wie die Proportionen sind. Dann, zeig mal. Soll ich das sein? Wow. Sie sehen aus wie wir. Das kannst doch nur du sagen. Da hat jemand seine Kunsthausaufgaben gemacht. Kunst ist objektiv, oder? Stopp! Spielen wir drum? Schere schlägt Papier. Das heißt, ich fang an. Mein absolutes Lieblingobst. Sieh dir nur diese frischen Schönheiten an. Und für mich? Köstliche Erdbeeren. Wir reden hier von Rubinrot, stimmt's? Nicht so schnell. Hi, magst du meine winzigen Hände? Okay, lass uns die Dinge interessanter machen. Auf frischer Tat ertappt. Also ich bin dabei. Los geht's. Drei, zwei, eins, los. An die Arbeit, kleine Hände. Kommt schon. Vorsichtig. Mal sehen. Haltet hier ein bisschen länger? Diese Dinge sind schwer zu benutzen. Na los. Sarah? Wie in aller Welt hast du das gemacht? Linke Hände. Ich habe auch linke Hände, siehst du? Es geht nichts über die Ächtel. Trotzdem habe ich diese Runde gewonnen. Du fängst an. Nein, du. Ich? Obwohl, lieber ich. Wow, ein riesiges Schokoladenei. Was sagst du dazu? Hm, Schokolade. Das muss ich sofort probieren. Hey, ganz in blau. Oh mein Gott. Mega gut. Und da ist noch was drin. Guck mal, kleine Weltkugeln. Hier, der ist für dich. Oh, danke. Hey, ich esse den blauen Planeten. So süß. Sind wir im Weltall? Guck mal da drüben. Denkst du dasselbe wie ich? Zeit für Marshmallows. Eine geniale Idee. Das sollte reichen. Ich habe noch nie so gute Marshmallows gegessen. Wow. Okay, und was habe ich? Ich habe auch ein Schoko-Ei. Yes. Rot, meine Lieblingsfarbe. Augäpfel. Irgendwie eklig. Aber ich probiere es trotzdem mal. Gar nicht so schlecht. Du solltest mal in den Spiegel gucken. Wow. Ich habe plötzlich voll den Durchblick. Du siehst lächerlich aus. Das musst du sehen. Was meinst du denn? Ich lache mich voll schlapp. Okay, nächste Challenge. Was ist das denn? Tomatensaft? Gibst du mir einen ab? Na klar. Da ist auch ein Strohhalm mit dabei. Mh, so erfrischend. Schmeckt echt genial. Ist das dein Ernst? Ich finde es widerlich. Noch mehr für mich. Okay, ich bin dran. Was ist das denn? Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Hm, mal sehen, wie das schmeckt. Echt lecker. Und wofür ist das da? Ah, so dreht sich der Lutscher. Fast wie eine Bohrmaschine. Das bringt mich auf eine Idee. Was hat die denn jetzt schon wieder vor? Hey, guck mal. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Was machen wir denn jetzt? Wir? Das ist deine Schuld. Ah, verschwinde! Tu doch was! Lass mich in Ruhe! Ah, es hat mich! Bleib wo du bist, ich warne dich. Willst du meinen Tomatensaft? Hier, nimm ihn und lass uns in Ruhe. Oh, das war knapp. Alalalalalala. Hier, für dich. Oh, ein Geschenk. Hoffentlich gefällt es dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Warte noch. Sieh dir die zum Spaß an. Jetzt kannst du es auspacken. Sie sehen ja süß aus. Los geht's. Ja, Handschuhe sind nicht besonders hilfreich. Komm schon. Mann, das nervt. Geh schon auf. So macht es keinen Spaß. Wehe, das Geschenk ist die Mühe nicht wert. Das ist lustig. Du solltest dein Gesicht sehen. Oh, was? Noch mehr Handschuhe? Komm her, du! Näh, näh, ich bin Erster und du Letzter. Hey! Das geschieht dir recht. Nimm das! Hey, nicht ins Gesicht! Und noch eine! Schau nur, was du angerichtet hast. Kannst du nicht zielen? Das war ein Versehen. Hey, was geht hier draußen? Vorsicht! Mein Türkrat ist kaputt. Oh, mein Herz tut weh. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wir müssen etwas tun. Hier, wie wäre es damit? Puh, du solltest dir deine Füße öfter waschen. Das bringt mich auf eine Idee. Nimm einen Schlitzschuh und stecke die Mütze hinein. Dann brauchst du noch einen Tannenzweig. So weit, so gut. Aber es fehlt noch etwas. Schon besser. Wow, das sieht toll aus. Ich habe mich selbst übertroffen. Wusste gar nicht, dass du so geschickt bist. So, jetzt nur noch an der Tür anbringen. Hey, was soll der ganze Lärm? Ihr Rotzlöffel! Mann, ist er wütend. Der neue Türschmuck scheint nicht geholfen zu haben. Der Türschmuck. Zum Dahinschmelzen. Er ist so schön. Hey, nicht bewegen. Wer hat Lust auf eine Schneeballschlacht? Jetzt fehlt nur noch eine Schleife. Und? Das war's. Hey, Weihnachtsmann. Schau mal, sieht gut aus, oder? Hm. Gut gemacht. Was noch? Oh, wie schön. Rein mit ihr. Sieht gut aus. Aber wird es auch den Schütteltest bestehen? Hm. Mal sehen, was drinnen ist. Das ist alles? Nein, das ist nicht gut. Die Box ist zu groß. Nimm den Ring und fang von vorne an. Noch ein Fehler und du kommst auf die Liste der Unartigen. Blöde Box. Es sah doch so schön aus. Hm. Die Walnussschale bringt mich auf eine Idee. Das könnte funktionieren. Nimm eine leere Walnussschale. Male das Innere der Schale Gold an. Als nächstes bemalst du das Äußere der Schale mit durchsichtigem Nagellack. Achte darauf, dass du alles bemalst. Dasselbe machst du mit der anderen Hälfte. Jetzt legst du den Ring in eine der Schalen. Lege die andere Hälfte darüber. Binde eine Schleife darum, damit nichts verloren geht. Hey Weihnachtsmann, versuch's mal damit. Öffne sie. Wenn darin eine Walnuss ist, werde ich enttäuscht sein. Wow, damit wanderst du an die Spitze meiner Liste für brave Kinder. Oh, vielen Dank. Geldzählen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Warte, wurde es hier drin gerade kälter? Und das Feuer hält mich irgendwie nicht warm. Hm, ich hab's. Das Feuer braucht etwas mehr Treibstoff. Das sollte helfen. Schon besser. Es ist so kalt. Ich kann meine Zähne nicht mehr spüren. Wow, schau dir das an. Da wird mir schon viel wärmer. Oh, das hat nicht lange gehalten. Mach was. Vielleicht, wenn ich draufschlage. In Filmen funktioniert das. Nö, hab's probiert. Na toll, ich werde zum Eisblock. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Ah, ich hab's. Hier etwas hämmern. Geschafft. Oh, das Eis schmilzt. Was hast du gemacht? Nur den Fernseher repariert. Was denkst du? Wow, ich liebe es. Du bist genial. Hör auf. Ich werd schon ganz rot. Oh, du bist schön warm. Oh, oh, oh. Noch ein Geschenk. You. Ja, Santa. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich will noch einen Pony. Und jemanden, der sich darum kümmert. Ich muss dann mal los. Viel zu tun. Hä? Stopp, Santa. Hast du eine Idee, wie viele Geschenke ich ausliefern muss? Du hast die Dame doch gehört. Mach dir besser Notizen. Sonst. Also, ich sagte, ein Pony, einen Stalljungen, ein Auto, ein Handy, einen Butler. Ich brauche auch ein neues Boot. Papa gibt mir seines nicht. Einen Welpen, mehr Diamanten. Mehr Diamanten? Und ich denke, das war's. Das war alles? Sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich muss los. Nicht so schnell. Oh, komm schon. Nun, ich hab auch eine Liste. Es ist nicht viel. Ich will eine neue Sonnenbrille. Das war's? Das reicht. Nächstes Weihnachten nehm ich mir Urlaub. Das ist das letzte Haus. Was für eine Nacht. Puh. Santa muss etwas mehr Sport treiben. Oh, hallo. Kekse und Milch. Ich liebe es. Das sieht lecker aus. Autsch, mein Zahn. Das esse ich sicher nicht. Wenigstens etwas Milch. Santa sein macht durstig. Hm. Ugh. Nicht die frischeste. Oh, mein Magen. Das ist nicht gut. Oh, oh. Santa muss mal. Ich bin so müde. Hey, Santa war hier. Was soll der Lärm? Schau. Wow, Geschenke. Mal sehen, was wir hier haben. Wow, so viele. Das ist das beste Weihnachten aller Zeiten. Show wird sicherlich grandios. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Monate an diesem Kleid gearbeitet. Das Kleid hat was, aber nicht auf eine gute Art. Ich bin so nervös. Was ist, wenn Ihnen mein Kleid nicht gefällt? Yo, aus dem Weg. Das wird klasse. Was geht? Check mal mein Outfit. Oh, das passt nicht zum Motto der Show. Schade. Echt jetzt? Euch fehlt wohl der Sinn für Mode. Oh, das war hart. Geh zur Seite. Hey, mein Kleid. Du hast es ruiniert. So kann ich nicht auf den Laufsteg. Es ist Iden. Ja, das könnte nützlich sein. Zeit für ein Umstyling. Wow, das ist sogar noch besser als gedacht. Jetzt kommt mein Moment. Das ist grandios. Mein Kleid soll an das strahlende Weihnachtsbäume erinnern. Nimm den Pokal. Er gehört dir. Das kann keiner toppen. Danke. Ich bedanke mich bei meiner Familie und meinem Hund Bingo. Ich liebe Weihnachten. Das wird toll. Und die Geschenke erst. Okay, tief einatmen. Das ist für dich. Das ist aber nett. Oh, sehr lustig. Ein Schlüsselanhänger. Genau, was ich wollte. Ha, da hast du dir wohl mehr erhofft. Okay, ich bin dran. Fröhliche Weihnachten. Her damit. Weihnachtsdekoration. Toll. Das kann ich toppen. Hier, für dich. Und jetzt die letzten. Ob da wohl noch ein Schlüsselanhänger drin ist? Wirklich? Ein iPad? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Äh, kann ich meins haben? Hier, bitte. Oh, ein Pullover? Schön, oder? Gefällt er dir nicht? Äh, es sieht gut aus. Aber ist halt kein iPad. Der Gedanke zählt. Hier, das kannst du haben. Nein, warte. Der Bulli ist toll. Komm zurück. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut mache. Nimm einen Weihnachtspullover und eine Schablone von einem Kamin. Als nächstes brauchst du Bügelpapier und bügelst über den Kamin. Schneide ein Rechteck auf der Vorderseite des Pullovers aus. Etwa so. Dreh die Innenseite des Pullovers nach außen und lege schwarzen Stoff hinein. Fahre mit Kleber an den Stoffseiten entlang und lass eine Seite aus. Achte darauf, dass die Seite ohne Kleber oben ist. So entsteht eine Bauchtasche. Mit den Händen festdrücken, damit es gut hält. Das iPad kommt in die Bauchtasche. Ein feuriger Pullover. Das ist klasse. Oh, sie kommt zurück. Cool bleiben. Willst du was Tolles sehen? Tada. Wow, wie hast du das gemacht? Klasse, oder? Mh, schön warm. Danke für den Pullover. Komm schon. Ja. Die Lichterkette ist total verknotet. Aber der Baum sieht gut aus, vor allem der Stern. Die muss ich wohl entknoten. Ganz schön anstrengend. Hey, kannst du aufhören zu spielen und mir helfen? Was? Nein. Wie gemein. Dabei könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen. Oh, alt, ich falle. Was ist passiert? Oh gut, hier gibt's nichts zu sehen. Nein, so ein Pech. Der Stern ist zerbrochen. Wie ist das passiert? Ich hab doch nach Hilfe gefragt. Tut mir leid. Jetzt helfe ich. Armer Stern, er war so unschuldig. Oh, mein Glas. Damit bringe ich es wieder in Ordnung. Fülle ein Glas mit Strohhalm. Lege einen Kabelbinder darum und zieh ihn zu. Zieh so lange, bis die Strohhalme sich verteilen. Male die Strohhalme in einer festlichen Farbe an. Anschließend befestigst du sie am Weihnachtsbaum. Perfekt. Oh, der Baum. Oh, der Baum. Sieh mal, den hab ich gemacht. Da fehlen aber noch Lichter. Passt das so? Noch etwas nach rechts. So? Etwas nach links. Hallo. Hey, Oma. Willst du einen Smoothie? Nein, danke. Schon gut. Oh, nein. Meine Pflanze. Die hatte ich schon seit Jahren. Alles in Ordnung, Oma? Oh, das war ihre Lieblingspflanze. Hm, die Zeitung könnte nützlich sein. Ja. Reiße kleine Stücke von Zeitungspapier in einen Mixer. Füge Blumensamen hinzu. Und etwas Wasser. Mixer einschalten und gut durchmixen. Wenn das Papier zu Brei wird, ist es fertig. Entferne das Wasser mit einem Sieb und lege den Brei auf Backpapier. In einer dünnen Schicht verteilen und mit einem Lappen abdecken. Den Lappen entfernen, wenn es trocken ist. Vorsichtig zusammenfalten und dekorieren. Etwa so. Wir waren so glücklich. Wir waren jung und sorgenfrei. Wieso nur? Oma, ich hab etwas für dich. Die Karte und der Blumentopf sind aber schön. Es gibt noch mehr. Ja, ich zeig's dir. Ich reiße diese Ecke ab und lege sie in den Blumentopf. Etwas Wasser dazu? Sie hat wohl den Verstand verloren. Fröhliche Weihnachten. Liebling, danke dir. Das beste Geschenk auf Erden. So schön. Geschenke, Madame. Wie viele Geschenke braucht sie denn? Mein Rücken tut schon weh vom Tragen. Als nächstes öffne ich das hier. Was das wohl ist? Ein goldenes iPhone. Aber ich wollte doch ein iPhone mit Diamanten. Wie enttäuschend. Wie enttäuschend. Nö. Oh, das ist weich. Das gefällt mir. Ein leckerer Lebkuchenmann. Alles für mich. Er ist so süß und lecker. Ich lass mir das richtig schmecken. Also, magst du Milch, Lebkuchenmann? Ich muss mich aufwärmen. Es ist so kalt. Ah, schon besser. Mein Lebkuchenmann. Du hast ihn kaputt gemacht. Nein. Wow. Ganz ruhig, Kind. Das war nicht mit Absicht. Schau ihn dir an. Er hat keinen Kopf mehr. Hey. Ich bring das in Ordnung. Lauf nicht weg, okay? Nimm einen Handschuh und zieh ihn so nach oben. Fülle nun das Ende mit Wattebällchen. Drücke sie schön in den Handschuh. Nähe den Handschuh zu. Fast fertig. Füge ein paar Details hinzu, bis du einen Lebkuchenmann hast. Jetzt musst du ihm nur noch ein Lächeln verpassen. Perfekt. Er sieht glücklich aus. Hey, Kind. Tut mir leid wegen deinem Lebkuchenmann. Ich hab das hier für dich. Was denkst du? Für dich? Echt? Für mich? Oh, danke. Vielen Dank. Ich liebe es. Oh, hier. Du kannst den hier haben. Wow. Für mich? Das nenne ich einen guten Deal. Mh. Dieser Lebkuchenmann schmeckt echt gut. Wow. Strümpfe. War es das? Ich brauch das nicht. Oh. Schon wieder. Hm. Ein Schlüssel? Aber wofür? Den Mond? Cool. Das wollte ich schon immer. Ob das funktioniert? Meine Freunde werden so neidisch sein. Strümpfe. Yeah. Wie cool. Danke, Santa. Eine rosa Socke. Hab ich ein Glück. Oh, die blaue sieht auch toll aus. Ich weiß, was zu tun ist. So bequem. Ich bin so ein Glücksfilz. Oh, hey, Süße. Hey, Schatz. Luftkuss. Mwah. Oh, mein Gott. Äh, was denn? Ist dir klar, dass heute Weihnachten ist? Wo ist deine Deko? Ich seh nicht mal eine Weihnachtsmütze. Ich wusste, dass ich was vergessen hab. Ich hab das. Wie findest du's? Wow. Schon viel festlicher. Aber dein Baum ist echt traurig. Bitte. Das ist kein Problem. Hm, gefällt mir nicht. Machst du Witze? Okay. Also, irgendwas fehlt noch. Yes. Das ist ein hübscher Baum. Endlich. Geld löst einfach jedes Problem. Hahaha. Hm. Wo sind die Cartoons? Ich hab die Deko geholt. Cool. Lass uns den Baum schmücken. Äh, der sah auch schon mal besser aus. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Eine Schleife hinzugeben. Autsch. Nö. Sieht gut aus, aber wie machen wir dann sauber? Tada. Äh. Ja, das funktioniert nicht. Ich wäre ein süßer Baum, aber okay. Hier, nimm das. Warte mal. Ich hab ne Idee. Gib mir eine Minute. Nimm eine leere Sodaflasche. Grün eignet sich am besten dafür. Schneide den Boden auf. Nimm eine Schere und schneide bis oben in den Flaschenhals. Mach das auf jeder Seite der Flasche. Als nächstes öffnest du die Streifen. So. Nimm eine Kerze, um das Plastik zu erwärmen und die Kanten zu schmelzen. Irgendwann sieht es so aus. Platziere es nun auf einem Holzstab. Gib noch mehr Flaschen hinzu und du hast einen Weihnachtsbaum. Schau dir das an. Wow, wir haben einen Baum. Sieht toll aus. Ich liebe es. Und der tut auch nicht weh, wenn man ihn anfasst. Blöder Kaktus. Sehr cool. Irgendwas fehlt bei diesem Weihnachtsessen. Mama. Essen. Hm? Was ist hier los? Es ist einfach nicht das Gleiche. Hm. Klingt ganz nach einem Job für Santa. Mir egal, ob Weihnachten ist. Es muss jetzt gemacht werden. Warte. Irgendwas passiert hier. Hä? Mama. Schau dir all das Essen an. Es ist ein Weihnachtswunder. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lecker. Frohe Weihnachten, mein Schatz. Ho, ho, ho. Santa hat nur ein kleines Spiel für euch. Ich mache es hier rein. Und schnell vertauschen. In welchem Strumpf ist das Geschenk? Frohe Weihnachten. Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich Hellrosa. Die ist sehr schön. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Oh, eine Regenbogenparty. Das wird super. Ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank. Was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh, Moment. Meine Farben. Das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten. Das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und male damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel. Die kommen hier hin. Das sieht gut aus. Aber es ist eine Regenbogenparty. Es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits zum Einsatz ist. Perfekt. Auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool. Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Oh, ich habe es. Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wäre es mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh, mein Gott. Die blauen Sommersprossen sind voll putzig. Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogenmake-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter. Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht es richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Hey, was ist los? Wo bist du? Sorry, sorry. Ich bin schon unterwegs. Versprochen. Oh, nein. So viele bunte Kleidung. Und ich bin ganz ins Weiß. So lassen die mich bestimmt nicht rein. Oh, nein. Ups. Das ist echt übel. Moment. Bist du das da drüben? Hey, siehst du mich? Ich muss schnell was unternehmen. Kann ich mich irgendwo verstecken? In der Mülltonne? Das ist das Allerletzte. Aber meine einzige Möglichkeit. Aus der Bahn, Mülltonne. Hier komme ich. Hm. Das war er sicher nicht. Puh, das war echt knapp. Sie hat mich beinahe gesehen. Oh, voll eklig hier drin. Au, was zum Geier. Meine Künstlerkarriere ist offiziell im Eimer. Hä? Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht wahr, Glitzer. Okay, ich habe eine Form und gieße Glitzer hinein. Das Rot sieht echt schön aus. Einen Streifen davon reicht. Nun kommt noch goldenes Glitzer hinzu. Was für ein Glitzerregen. Uh, grün als dritte Farbe passt spitze. Und die restlichen Farben auch. Nun drücke ich meine Hand in das Glitzer. Oh, na sieh mal einer an, wie schön das glitzert. Okay, so kann ich mich wieder zeigen. Ugh, jetzt zu meinen Händen. Ja, mit der richtigen Brille ist der Look perfekt. Zeit für die Party. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Babe, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Unfassbar, dass du mich so lange hast warten lassen. Ja, aber was sagst du zu meinem selbstgemachten T-Shirt? Oh, das hast du selbst gemacht? Wow, das ist echt beeindruckend. Hey, wir sind bereit für die Party. Hm, ich werfe mal einen Blick auf euch. Okay, ihr dürft rein.